... angefangen! Er ist tot! Über 20 Fußsoldaten nähern sich aus dem Nordwesten. Weiter vorrücken! Die KVA hat soeben einen Titan auf den Hof geraten. Der KVA ist deaktiviert! Raus da! Raus da! Prophet, die KVA hat soeben einen Titan auf den Hof gerollt. Verstanden, Bravo. Wir sehen einen Werfer ganz in der Nähe. Mitchell, schnapp dir den Werfer und schalte den Titan aus! Der Bastard von einem Trophysystem! Noch mal! Haben Sichtkontakt zu einer Munitionskiste! Kontakt, 10 Uhr! Möder! Hol mehr Munitions für diesen Werfer, Mitchell! Komm her! 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 M.T. ist deaktiviert. Raus da! Raus da! Prophet, die KVA hat soeben einen Titan auf den Hof gerollt. Verstanden, Bravo. Wir sehen einen Werfer ganz in der Nähe. Mitchell, schnapp dir den Werfer und schalte den Titan aus. Ihr bestertert ein Trophy-System. Noch mal! Haben Sie nicht Kontakt zu einer Munitionskiste? Erledige den Titan mit dem Werfer, Mitchell. Zeit sind zerstört. Gut gemacht, Mitchell. Achtung, Team Bravo. KVA-Techniker haben das Sicherheitsprotokoll überbrückt und versuchen, einen GAU einzuleiten. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Verstanden, Prophet. Wir sind unterwegs. Wir müssen zum Kontrollgebäude. Bewegung! Achtet auf Zivilisten. Am schnellsten kommen wir durch den Aufzugsschacht runter. Roger. Öffnen wir die Türen. Einer nach dem anderen. Los. Sicher. Hier entlang. Bravo. Die Reaktortemperatur steigt an. Schlechte Neuigkeiten, oder? Die Marker sind unter der Norm, aber stabil. Können wir es noch schaffen? Die armen Teufel hatten keine Chance. Weiter. Verlassen Sie umgehend in diesem Bereich. Beleuchte den, was für die Musik zunimmt. Kreuzung. Rechts halten. Es gibt eine Abkürzung. Aber da wird es hässlich. Zusammenbleiben. Carter, die Tür öffnen. Verstanden. 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 Kontakt! Los, los, los! Bravo! Ihr müsst so schnell wie möglich durch den Reaktor. Ziele aus dem Balkon. Aufschreiten! Und links! Und liegen! 3, 2, 1! Kürtet! Eingruhe! Ehe rüber! Einer erbrechen! Voll einsetzen! An den Täser! Gäste! Einer erbrechen! Drogen! Gäste! Einer erdämmung! Einer erbrechen! Die Hände erbrechen! Gehen! Da rein! Bis zum Kontrollraum ist es noch 300 Meter. Verstanden. Heftiger Widerstand im Reaktorraum. Verstanden. Verstanden. Wir sind beim Lastenaufzug. Eine Etage hoch zur Hauptebene. Mitchell, drück den Knopf. Herr Richter, ein Schutz an der Tür. Verstanden. Mitchell, nimm deine Angriffsdrohne. Der Ausgang ist auf den oberen Stegen. Fest! Obere Stege, los! Ich verstehe kein Wort! Weiter! Wir haben es fast geschafft! Machiertag! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bewegung Mitchell Los an die Konsole Mitchell, an die Konsole Bewegung Mitchell Los an die Konsole Bei Atlas lief es anders als bei den Marines, aber das hat mich nicht gestört. Leben stehen auf dem Spiel. Die Streitkräfte von Atlas schreiten schnell ein, um die Geiseln zu retten. Verdammt nochmal, Gideon. Du bist ja fast ein Filmstar. Red kein Unsinn. Es ist vermutlich das erste Mal, dass dein Hinterwäldler Arsch ein sieht, der noch alle Zähne hat, aber... Trägt dich nicht auf. Das ist echt witzig, weil deine Mutter... Wow. Seht ihr diesen Scheiß? Nicht übel, was? Du hattest Glück. Die KVA wird immer besser. Was wurde aus dem Kerl, den wir aus dem Wasser gefischt haben? Eins hat ihn übernommen. Ist mir recht. Krass, Mann. Ein... Kontrollraum direkt voraus. Da ist er! Kopf! Alles okay? Mir geht's gut. Was zum Teufel ist gerade passiert? Sie haben die Tür präpariert. Diese Konsole ist noch aktiv. Ein Weg muss die Antose starten. Los an die Konsole. Prophet, seht ihr das? Bestätigt. Wir sehen dasselbe. Okay. Kerntemperatur stabil. Die Kühlbecken müssen gefüllt werden. Moment. Das Niveau sinkt. Die Dampfleitungen wurden unterbrochen. Was? Ja. Was? Das Niveau ist ja auch.